Tipos kommt aus der Praxis und mit unseren Kooperationspartnern, eben unter anderem die Firma Lohberger und deren Köchen, da kriegen wir natürlich auch Feedback und die sagen, das wäre aber super, wenn das so ginge und das macht das Produkt lebendig. Es sind Bildschirme, ganz einfach mal runtergesprochen, jeder hat eine kalte Küche, der Garde-Manger, der Patissier, der Entrepentier, jeder hat seinen Bildschirm und vorne könnte der Annonceur, der hat die komplette Nürnberg, der Kellner ist aber draußen mobil unterwegs. Der Oliver kann uns sicherlich helfen, wie es denn in der Praxis ist, wie benutzt es der User, ist es sinnvoll? Lieber Oliver? Also ich bin ein großer Fan davon, das ist der Küchenmanager von Tipos. Der große Vorteil ist, man kann einfach drauf tippen und wegwischen und das ist man eigentlich gewohnt von den modernen Smartphones und ich habe auch keine lästigen Bohnen in meiner Küche herumhängen.